Ein herzliches Willkommen zu unserem dritten Teil. Die Sachbilanz ist die Zusammenfassung und Quantifizierung der Stoff- und Energieströme, das heißt eine Input- und Output-Analyse in Abhängigkeit von den definierten Systemgrenzen mit einer sogenannten vertikalen und horizontalen Betrachtung. Die vertikale Betrachtung beschreibt den gesamten Lebenszyklus des Produkts, das heißt von der Herstellung der Rohstoffe, der eigentlichen Produktion bis zum Ende des Lebenszyklus und die horizontale Betrachtung erfasst die mit dem Lebensweg des Produkts verbundenen Wechselbeziehungen mit der Umwelt. Es ist somit eine Stoff- und Energieanalyse auf Basis einer Produktsystemanalyse. Ein System Fließbild stellt in der Studie die zu betrachtenden Prozessmodule schematisch dar. Hier in der Grafik sehen Sie eine schematische Darstellung eines Produktlebenszyklus. Links die Inputs und rechts die Outputs. Es gibt für die Sachbilanz unterschiedliche Daten, die Sie verwenden können. Sogenannte Primärdaten sind spezifische Daten, die werden in den Firmen selbst erhoben. Hier ist eine Datenerhebung notwendig. Das ist aber nicht immer durchführbar bzw. auch nicht immer sinnvoll. Dann gibt es generische oder allgemeine Daten. Die sind oft Mittelwerte oder repräsentative Einzelwerte. Die werden angewandt, wenn spezifische Daten bei der Erhebung zu unsicher sind. Dann gibt es noch sogenannte generische oder allgemeine Daten. Die sind Mittelwerte oder repräsentative Einzelwerte. Diese werden angewandt, wenn spezifische Erhebungen zu unsichere Daten für Prozesse liefern oder für vielseitig auftretende Prozesse, für Prozesse mit unbekannten Produktions- oder einem unbekannten Datenerhebungsort. Beispiel dafür kann z.B. Energie, Öl-Produkte oder anderes sein. Oder z.B. wenn Sie Zugriff auf Sachbilanzdaten haben wollen. Ergänzend gibt es noch die Abschätzungen, wenn keine Daten vorliegen. Kommen wir nun zur Wirkungsabschätzung. Die Wirkungsabschätzung als letzter Schritt in der Ökobilanz verfolgt den Zweck, die Bereitschätzung zusätzlicher Informationen zur Unterstützung der Einschätzung der Sachbilanzergebnis eines Produktsystems, um deren Umweltrelevanz besser zu verstehen. Im Rahmen der Auswertung werden die Ergebnisse der Sachbilanz oder einer Wirkungsabschätzung oder beider in Übereinstimmung mit dem Ziel und dem Untersuchungsrahmen als Basis für Schlussfolgerungen, Empfehlungen und Entscheidungshilfen diskutiert und zusammengefasst. Anhand dieses Bildes möchte ich Ihnen das Prinzip der Wirkungsabschätzung erläutern. Der erste Schritt ist die Zuordnung der Sachbilanzergebnisse. Hier werden die Elementarflüsse, z.B. Emissionen, den unterschiedlichen Umweltindikatoren zugeordnet. Sie sehen, dass hier beispielsweise für den Klimawandel unterschiedliche CO2-Emissionen relevant sind. Das heißt fossile und nicht fossile, aber auch andere Emissionen wie z.B. Methan. Im Rahmen der Wirkungsabschätzung macht man dies für alle Emissionen und bekommt damit den Beitrag dieser für die unterschiedlichen Umweltindikatoren, hier noch Eutrophierung und Versauerung dargestellt. Wenn alle Elementarflüsse E, die einer bestimmten Wirkungskategorie C zugeordnet sind, werden diese mit ihrem jeweiligen Charakterisierungsfaktor CF multipliziert und über alle relevanten Eingriffe I, Emissionen der Ressourcenentnahme summiert, was zu einem Wirkungsergebnis IS für die Umweltkategorie führt. Dieser Schritt wird als Charakterisierung bezeichnet. Das heißt, die Wirkungsindikatorwerte werden berechnet. Dazu bedient man sich bestimmten Modellen und Methoden. Am Beispiel des GWP hatte ich Ihnen schon die IPCC-Methode erwähnt. Diese ersten Schritte bilden damit die verbindlichen Bestandteile der Wirkungsabschätzungsphase und liefern die sogenannten Wirkungsindikatorwerte, manchmal auch als Midpoint-Indikatoren bezeichnet. In der Norm gibt es noch optionale Bestandteile, wie zum Beispiel die Berechnung des Beitrags von Wirkungsindikatorwerten im Verhältnis zu den einen oder mehreren Referenzwerten. Das bezeichnen wir als Normierung. Dann gibt es noch die Möglichkeit zur Ordnung oder Gewichtung. Hier besuchen Sie bitte einen vertiefenden MOOC. Sie haben sicherlich bemerkt, dass die Wirkungsabschätzung neben der Sachbilanz sehr schnell komplex und zeitaufwendig werden kann. Hierzu gibt es mittlerweile aber eine Vielzahl an Hilfsmitteln, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen können und ich Sie Ihnen daher dringend anrate, solche Tools zu verwenden. Kommen wir nun zum letzten Schritt in der Ökobilanz, die sogenannte Auswertung. Hier sind die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Ökobilanzstudie für die Zielgruppe vollständig und korrekt mitzuteilen. Ergebnisse, Datenmethoden, Annahmen und Einschränkungen sind transparent darzustellen. Signifikante Parameter sind ebenso zu identifizieren, was man mit einer sogenannten Dominanz- und Sensitivitätsanalyse macht. Die Auswertung ist damit eine gemeinsame Betrachtung der Ergebnisse der Sachbilanz und der Wirkungsabschätzung. Die Auswertungsphase sollte Ergebnisse liefern, die mit dem festgelegten Ziel und Untersuchungsrahmen übereinstimmen und die zur Ableitung von Schlussfolgerungen, Erläuterungen, von Einschränkungen und zum Aussprechen von Empfehlungen dienen. Die Auswertung sollte die Tatsache widerspiegeln, dass die Ergebnisse der Wirkungsabschätzung auf einem relativen Ansatz beruhen, da sie die potenziellen Umweltwirkungen anzeigen und keine tatsächlichen Wirkungen auf Wirkungsendpunkten, Grenzüberschreitungen von Schwellenwerten, Sicherheitsbahnen oder Gefahren voraussagen. Vergessen Sie nicht, es geht hier um eine leicht verständliche, vollständige und in sich schlüssige Darstellung der Ergebnisse. Die Ergebnisse der Auswertung sollten die Ergebnisse des Beurteilungsbestandteils widerspiegeln. Der Bericht ist auch ein integraler Bestandteil einer Ökobilanzstudie. Bei Studien bis zur Wirkungsabschätzungsphase und einem Bericht für Dritte empfiehlt sich die Angabe folgender Themen. Die Beziehungen zu Sachbilanzergebnissen, eine Beschreibung der Datenqualität, die zu schützenden Wirkungsendpunkte, die Auswahl der Wirkungskategorien und zugehörige Charakterisierungsmodelle. Nicht zuletzt ist noch wichtig die sogenannte kritische Prüfung. Dies ist ein Prozess zur Klärung, ob eine Ökobilanzstudie den Anforderungen der ÖNORM INISO 1440 im Hinblick auf die Methodik, Daten, Auswertung und Berichterstattung erfüllt. Die kritische Prüfung ist Pflicht bei Veröffentlichung der Ökobilanzergebnisse in Form von vergleichenden Aussagen. Ich hoffe Ihnen damit einen groben Überblick über die Ökobilanz gegeben zu haben. Anbei finden Sie noch vertiefende Literatur. Viel Spaß und Erfolg beim Erstellen von Ökobilanzen. Für Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Ökobilanzergebnissen. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ökobilanzergebnissen. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.